Die Platzierte Teams bei den Herren auf 1, Team Centauri und VD, auf 2, Team Texpa, Simlon und auf der 3, Keiko Merida. Die Mixed-Werte als Nächstes, die Masters. Ganz gut, ja? Ja. Ganz gut, ja? Ja. Die Tagesplatzierte Laufereins, Team Centauri und VD, auf 2, Team TPP-VV, bei AX Leibniz, auf der 3. Die RwT, Team auf 3. Okay, vielen Dank den Grandmasters, die Führer dann in der Gesamtwertung, nämlich Team Centauri und VD. Und der letzte Kilometer in Dona-Eschingen, auf der Finne, ist Uphill, auf der Straße und die Finne ist in der Mitte der Stadt. Okay, have a nice evening, enjoy the pretty good weather here in Wolfach, thank you, see you tomorrow. Ja, 22, bitte. Ja, danke. 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 Ja, das ist auch für den Nadorsten. Ja. Der Junge war ich in der Werkstatt. Er hat die Zonsoya.